tatsächlich nicht hier okay jetzt falsch ich sehe gerade niemanden hier also im hause 3 so noch einer wo die sporn hier die wixer 4 ich will aber nicht wenn er nicht drin moment wir haben wieder an und geht doch ich hole die neue sehr gut kommt neu ist immer besser ich glaube die laden sich nach einer Zeit eh wieder auf aber ja aber ich mag lieber neue Ware ja guck mich wie der aushält ja wo kann sie ja gar nicht abschließt wenn sie nicht gebraucht werden hallo hallo helf mir mal hier ja 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 gut und weg ist noch hat das schild runter geholt hast du gesehen witzig hier ich will ich bin du einfach nicht rein Warte mal gucken, ob das Fuß laufen müssen. Ja, so geht's auch. Oh! Boah! Übertrieben! Oh! 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 ...zustand der mechanischen Systeme. Die Leistung bricht ein. Die Systeme schalten sich ab. Boah! Hast du gesehen? Bäm. Ich bin's besser gefallen, du auch? Oh! Wenn dies Teil deines Plans ist, würde ich sagen, es läuft glänzend. Der sein Humor, wa? Ja. Ja. Siehst du, was du mehr? Ja, Alpera, Lebenskünstler, du bist schon da. So! Dann gucken wir mal weiter. Ja. 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 Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie hören. Ich kann sie nicht erreichen. Sie hat sie nicht auf dich. Sie hat ihn noch nicht einfach. Aber du hattest ihn, nur als Mama und ich. All du hast, Mama, war uns Leben. Oh mein Gott. Nachdem sie den Landeweg gefunden hatten, setzten die Brüder ihre Jagd auf Beckel und seine Kif-Tnapper durch den Flughafen Fort Altery Fort. Ich glaube nicht mehr, wenn ich das hier überstehe. Arme Cam ist überall und ich weiß nicht, ob ihr schon mal nach oben geschaut habt. Da ist die Kacke so richtig auf der Aufstieg. Ganz große Kacke. Wichtig ist aber, dass man aufgehoben wird. Sucht nach Merkel und findet heraus, was er weiß. Hallo. Hallo, du schießt ja ganz geschillig da und ich gucke wieder nach oben. Oh, was die Viecher aushalten, wa? Was ich geil finde, was sie gut gemacht haben, ist, dass sich die Zeitlupe überträgt. Wir haben auch einen Schichtfuß, wie er sich umsetzen kann. Aber das ist die Zeitlupe. Weil sie sich umsetzen, eine Fäule liegt, die der Arme von den USA und die Gamesmotiv befragt werden. Ich bin ja so, dass ich das hier auch nicht leugt. Ich bin ja so, dass ich mich nicht besser bin. So, ich bin ja nicht eines der Fluss. ich hab's zettel hoch hoch gerutscht die Skritz ist er musste hoch die Treppe hoch und schlug er ist 0 Prozent Kursi Tümer und Blut jetzt in der Hoffnung an was ich sage euch jetzt schon mal gleich kommen aber richtig viele blauen mädchen also das jetzt aber sie können hatten jawohl da hinten zwei leute und die war aber auch im Buch und bis zu einem die jahre bis zu einer Hälfte kommen wir haben um was für die Sprache und hier geht die Opel die Opel verdammt Toll Ich kann Gas lassen werfen, wusstest du das? Bam 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 Kimus Richtiggeist Dolo 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 die Sonne Küche jetzt durch eine Küche Autsch die Füße Köln bis 8 ein so dritten gibt es ja ich blick mal nicht wechselt steht hier ist hier hier ist die Waffe ein besserer hallo Faktor müssen blauer da unten von Kala Kimo Moni mehr für den blauen Leuch mit bei den vierten so gründer verteidigt glaubst du gar nicht Also die Zeitdubaten hat mir in 4-2 schon gefallen, richtig geil. Boah, ich bin einfach durch ihn durchgerutscht. Ey, ich hab hier so ne Typ am Start, also Ding, so 3-Schuss-Betrieb-Show. Wo bist du? Ja, ich steh neben dir. So, ja, hier habe ich selber. Ähm, ich muss anscheinend hier runter. Wie, hast du dich denn gesehen? Nee, leider nicht. Was bist du denn? Boah. 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 Hier müssen wir hin, wo ich bin. Hinter dir. Okay. War doch nicht. Boah. 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 Oh ne, ich verlieb meine Gestalt. Ja, bewusst. Toll. Hm. Anscheinend müssen wir hier runter, oder? Bei der Warde hier oben gab's Moni. durch gesehen mit nur Sonne so aus der Götter wieder mit Moditern hab ich mich jetzt hier schockiert gemacht hier mal einmal 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 kommen ein Korn vorstuhl der lichter wieder so ein halber Leute die Schatten sind immer mal geil ich bin Schattenspieler schon hast du alles erwachen müssen? nein so war auch im Gang oder so vorhin müssen ich hab bei den Bösen bis in den Fahrschlitz rein von mir kommen ne? ne von mir kommen nicht von mir? von mir? wenn man sich ja hier gibt es Munition und so also eine Granate und so ne von mir kann man schon mal nicht wo gibt Munition? hier bei mir du musst geduckt C und runter Ah wir jetzt reden lang da habe ich schon ausprobiert hier vielleicht ahja ich hab in Gang ach Gimu along was check james stop this crazy thing guck mal tap da warte warte ich geh in Falster mal rein da ist ja bestimmt lang ja weil hier Exit steht er hat immer richtig kann wir machen Rolstu Roltreten rutschen reichlich gesichert es ist immer zu einem auf die Rollstuhlbahn okay sie sollten kommen in Geld ab Bank Network Offline Mano Lass mir doch auch einen zieht es dir Damage? verdammt was wir doch ein überdicht man da ist noch einer an der ecke hey da links hallo bist du blind oder sowas f*** du regst mich aus f*** 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 was denn f*** schau da vorne hätt ich gedacht kommt wieder so ein Monster aus hat es aber nur angetäuscht guck mal die gucke auf YouTube yeah YouTube das 4 3 zocken die machen grad ein Let's Play guck die haben den grad auf Dreck hehehe ich bin grad MV3 wäre komm her komm her komm her ja sorry ich hab grad schon Fall Gegner ah f*** alter ich seh nichts ich hab grad schon Fall Gegner ah f*** alter ich seh nichts ich komme hier zu lachen ich denke ich habe ich brauche jetzt noch welche wir sind noch hier ist anscheinend lang aber hier geht es nicht mehr gesperrt 0 in der Regel hast du mir gerade eine Granate ins Gesicht geworfen das ist ein Jahr 0 wenn uns in uns in uns in uns blau mann blau mann blau mann blau mann blau mann blau mann ich schieb ihn hoch du schießt ihn ab wenn es wenn du den ersten wirken sozusagen so kann jetzt ist es geht nicht bei dem aber der Panzerung Wartel aller Klassen zu lassen den Komaten wir haben auch Körner zu holen 3 das ist durch die Türmann der Kielin wo ist die Kielin so hoch die Schwiebeln ohne die Tunnel bestimmt so große Aufregung der Schatten nicht gelesen 4 jetzt war es auch Prozent hier ist der Runde kommen ja ich bin gedingt ist Prozent durchschauen Stahl gestalt ja genau wie soll ich hier unter Konto Pissar ach ja mal da hinten die Treppe kann ich nicht nehmen ich komme nicht runter und das weißt du um hallo ich komme nicht runter schlösser ja auch scheiße kann so laut sagen auch geil und so dass sie aufmacher guck mal gesperrt guck mal du hochkommst ja geht ein bisschen schwer ich habe hinten der Rolltreppe nach dem Kurs der Hoch hier hinten sind Treppen ja ich bin auch auf der anderen Seite man hier unten geht es nicht weiter man muss doch irgendwie runter kommen ach schwarz ja komm komm jetzt wenn du es weißt wenn du mir einen so an den Rand liegst dann teleportiere ich mich hoch aber so ach ist schon okay ich komme auch schon ach bei mir sind noch ein paar hier da hallo 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 aus dem PIN Code warte ich mir lassen wir den lassen was für den Code so da und jetzt ist weiter die du musst aber ich hier musst du durchs ganze Sniper zu holen aber gar nicht hin oder wo man hin wir wollen hier hin oder ne hier sind es hier ist nur Muni und so aber ich habe so eine Schotten oder so nehmen hier meine ja ich habe so ein Ding auch egal nehmen wir halt so hin das ist noch voll hier ach hier lang ja ja ha 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 WTF der Umfeld Sniper Leute, ich meine, warte, ich muss den haben. Ähm... Ach, hab ich das hochgelaufen? Nein. Ich will den noch haben, Mann. Alter, wie viel halten die aus, Mann? Oh. Das war ein Quicker. Oh, Scheiße, ey. Fick ihn. Bamm. Wie ein Orkan. Wie, wie hat man mal vieler Kind über dir hingestellt haben, äh... Idioten sichern, die das gemacht. So, ja, ihr habt immer so eine Raketenwärmung. Ich höre hier ein. Oh, jetzt hab ich meine Gestalt wieder verloren. Ey, es geht für hier lang, ne? Ja, ich sag, okay, wir wissen jetzt, dass unsere einzige Hoffnung ist, dass unsere sterben werden und lalalalala. Das tun einfach viel zu viel hier aufspielen, wcf. Pass auf! Was? Geh mal von dem Schiff hier mittlerweile. Ich wusste, dass dann so eine Sackgasse ist, das weiß ich schon, ne? Oh, mal kurz. Geil. Das ist das Gegenteil von dem von vorhin. Ja. Nur. Warte. Töten den Faserzauberer, schalten den Strom für die Förderbänder wieder ein. Was ist da? Prozent Thomas und Schildkopp unternehmlich gehen bei mir schon eben um die Zeit wieder aufbüllen wo ist er hatte natürlich schon der warte ich muss und jetzt ich muss da rankommen den 8 aber schon wieder angemacht oder was ich glaube es hat der gemacht weil der Kopf explodiert ist erstaunen oder was wo jetzt noch irgendwo ein Megafiech Prozent wo hallo Maxi Duda für den Scheiß ja dann sind wir noch äh wenn ich jetzt richtig denke dürfte der Förderbänder mitfahren ne äh der sinkt kaputt ja Förderbänder verdammt ja dann müssen wir aber hier hoch ne das weißt du schon hallo hier ist gesperrt noch wo ja da wo ich bin also warte hier oben sind da oben ist eine Tür mit Exit komm aber da da kann ich nicht rein 30 glaube ich weiß wie ich da reinkommen das das ja also denke ich hab die so das ist glaube ich Windows Prozent 5 wenn es denn ein das ist viel zu tun vielleicht wird noch mal ein Hebel so welchen Hebel der war auch so ja du musst ja 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 wie geil ist denn das hallo also damit habe ich nicht gerechnet toll toll da laufen die ganzen Viecher so ich hab grad alles beigelaufen also dass das jetzt hier so passieren ich habe nicht gerechnet das also damit habe ich nicht gerechnet weil es hier durchfallen dürfen den Viech boh 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 Leute hier wo akonie boh wo hier wo wo er wo man wo 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 E E auch mal ein bisschen die Verletzung mal laufen Kürzerin aber vor allem noch ein Geil und mein Gott mein Gott was für mich Ja Oh Aber ich würde sagen Wir hören jetzt hier erstmal auf Machen dann beim letzten Sprecherpunkt weiter Beim nächsten Mal Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss